Die 6 besten True Wireless In-Ear-Kopfhörer im Vergleich Ich habe mir die Razer Hammerhead True Wireless, Second-Gen, kabellose Earbuds gekauft und bin begeistert. Sie sind super bequem, passen sich perfekt meinen Ohren an und die Chroma RGB-Beleuchtung sieht einfach cool aus. Die aktive Rauschunterdrückung ANC ist ein großer Pluspunkt, der mir ein klares Klangerlebnis bietet. Die ultraniedrigen Latenzen sorgen für eine reibungslose Verbindung und das Lade-Edwi ist ein zusätzlicher Bonus. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kaufentscheidung und kann dieses Produkt jedem empfehlen. Ich bin begeistert von den JBL Wave 200 TWS True Wireless In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern in schwarz. Sie sind kabellos und haben ein integriertes Mikrofon, sodass ich meine Musik überall hören kann. Der Akku hält bis zu 20 Stunden und das Lade-Case ist auch sehr praktisch. Die Ohrhörer sind sehr komfortabel und ich kann sie problemlos tragen. Die Klangqualität ist auch erstaunlich und ich kann meine Musik in vollen Zügen genießen. Ich kann diese Ohrhörer nur empfehlen. Ich liebe meine Jabra Elite 4 Active in-Ear-Bluetooth-Ear-Buds. Sie sind so bequem und sicher, dass ich sie den ganzen Tag tragen kann. Die vier eingebauten Mikrofone sorgen für eine klare Klangqualität und die aktive Geräuschunterdrückung hilft mir, mich auf das zu konzentrieren, was ich hören möchte. Die Hear-Through-Funktion ist auch sehr nützlich, wenn ich mich in einer lauten Umgebung befinde. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es jedem empfehlen, der nach einem qualitativ hochwertigen und komfortablen Bluetooth-Kopfhörer sucht. Ich habe mir die Sony WF-1000XM 4 True Wireless Noise Cancelling Kopfhörer gekauft und bin begeistert. Die Kopfhörer sind leicht und bequem zu tragen und die Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden ist einfach fantastisch. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und die integrierten Mikrofone ermöglichen eine klare Freisprecheinrichtung. Außerdem sind die Kopfhörer optimiert für Alexa und Google Assistant, was sie noch praktischer macht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die Sony WF-1000XM 4 True Wireless Noise Cancelling Kopfhörer nur empfehlen. Ich bin begeistert von den UMI Kopfhörer W5S Bluetooth 5.2. Sie sind sehr bequem und passen perfekt in mein Ohr. Der Klang ist hervorragend und die Lautstärke-Regelung ist sehr einfach. Das intelligente Metall-Lade-Edwi ist auch sehr praktisch und ich kann meine Kopfhörer überall hin mitnehmen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf und würde die UMI Kopfhörer jedem empfehlen. Ich habe mir die Tia Nair Bluetooth 5.2 Kopfhörer gekauft und bin sehr zufrieden. Sie sind sehr bequem und passen perfekt in meine Ohren. Ich höre meine Musik klar und deutlich und die Akkulaufzeit ist auch sehr gut. Mit dem USB-C-Ladekoffer kann ich sie überall hin mitnehmen. Die Touch-Steuerung ist auch sehr praktisch und einfach zu bedienen. Außerdem sind sie IPX7 wasserdicht, sodass ich sie auch bei Regen tragen kann. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf und kann die Tia Nair Bluetooth 5.2 Kopfhörer nur empfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.